Herzlich Willkommen bei DeWiDividende, dem YouTube-Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es gern werden wollen. Mein Name ist immer noch Anton Kneupel und ihr seid hier richtig, wenn ihr euch mit Hilfe eures Vermögens ein zusätzliches Einkommen über die Weltbörsen aufbauen möchtet. Heute gibt es mal ein etwas ernsteres Video, ein etwas ernsterer Beitrag, heißt, es wird nicht jedem gefallen. Wer jetzt nur eine Bestätigung für die eigene Strategie sucht, für Titel, die man im eigenen Depot hat, dann sollte man vielleicht abschalten, weil ich werde heute mal etwas kritischer mit bestimmten Anlagen, aber wer, sag ich mal, was dazu lernen möchte, wer auch etwas aufgeschlossen ist, was man natürlich in einer sich verändernden Welt sein sollte, dann gilt es dran zu bleiben. Worum geht es heute? Es geht darum, dass ich es einfach nicht mehr hören kann. Ich kann es nicht mehr hören, dass nominale Wertstabilität in einem Euro- oder Dollar-Betrag ausgedrückt, dass die mit Sicherheit gleichgesetzt wird oder dass sie mit einem defensiven Charakter gleichgesetzt wird. Man hört es wirklich immer wieder auch von renommierten, großen, bekannten Leuten in der Finanzszene, dass eine, sag ich mal, schwankungsarme, nominale Komponente im Depot sehr gut wäre, um eben Sicherheit und einen defensiven Charakter in die Gesamtvermögensallokation reinzubekommen. Und da würden sich doch Anleihen anbieten. Bei den Einkommensinvestoren sind besonders die Preferred Shares oder Fonds-Preferred Shares beliebt, um einen defensiven Charakter ins Depot reinzubekommen. Aber das Einzige, was an solchen Anlagen wirklich sicher ist, ist, dass die langfristig komplett wertlos werden. Wieso werden Anleihen, egal welcher Qualität, wieso werden Anleihen und Preferred Shares, Fonds-Preferred Shares, wieso werden die langfristig wertlos? Das liegt einfach daran, dass deren Wert in einer Währung ausgedrückt wird. In US-Dollar oder in Euro oder in Pfund. Und da wird eben ein Wert draufgedruckt in dieser Währung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass deren Wert eben an die Währung gekoppelt ist. Und in was für einem Währungssystem leben wir? Wir leben in einem Währungssystem, wo die Inflation dazugehört, wo die Entwertung Teil des Normalen ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Inflation ist kein Problem. Man muss es bloß wissen, dass es Teil unseres Geldsystems ist. Und wenn das Teil unseres Geldsystems ist, dann hat man eigentlich mit Preferred Shares und Anleihen, zumindest in den meisten Fällen, hat man da ein fundamentales Problem. Weil sie werden durch unser Geldsystem rein logisch langfristig wertlos, also annähernd wertlos, verlieren einen großen Teil ihres Wertes. Tatsächlich ist eine Entwertung der Währungen historische Normalität. Also dass Währungen auch mal sehr schnell sehr viel an Wert verlieren, das ist historisch deutlich normaler als langfristig so gut bestehende Währungen wie der US-Dollar oder das Pfund oder der Schweizer Franken. Also es passiert eigentlich alle paar Jahrzehnte, dass relativ große Währungen einfach über den Jordan gehen. Man denke an die Reichsmark, man denke an den argentinischen Peso, man denke an die türkische Lira, den venezolanischen Bolivar, die ukrainische Gräwnia. Manche davon gibt es noch, aber die haben ja fast alles von ihrem Wert, den sie einst mal hatten, verloren. Und von solchen stark und schnell entwerteten Währungen gibt es ganz viele. Es gibt ein paar wenige, die sich relativ lange, relativ stabil halten. Also wie bereits erwähnt, Pfund, US-Dollar, Schweizer Franken. Und selbst die, die ja wirklich Ausnahmeerscheinungen sind, diese stabilen Währungen, haben, also der US-Dollar hat über die letzten 50 Jahre 85 Prozent an Wert verloren. Und das britische Pfund hat in den letzten 50 Jahren 94 Prozent an Wert verloren. Und 50 Jahre sind, finde ich, jetzt gar kein so dahergegriffener Zeitraum, weil mein Anlagehorizont ist über 50 Jahre. Ich hoffe mal deutlich über 50 Jahre. Heißt, in meinem Anlagezeitraum würde ich einen großen Teil meines Kapitalstocks auf realer Basis vernichten, wenn ich es in Anleihen und Preferred Shares stecke. Das ist einfach ein Fakt, dass es so ist. Auch bei stabilen Währungen ist es so, jetzt mal ganz zu schweigen, ganz davon zu schweigen von irgendwelchen Anleihen oder Preferred Shares, die auf den bolivarischen, den venezolanischen Bolivar gelautet haben oder den argentinischen Peso. Also da ist das ja noch viel schlimmer. Da hat man dann nahezu Totalverluste in relativ kurzer Zeit. Heißt, um jetzt nochmal darunter einen Strich zu machen, egal in welcher Währung man sich diese Fixed-Income-Beteiligungen wie Anleihen und Preferred Shares kauft, langfristig ist das einzig Sichere an denen, dass sie wertlos werden. Das ist in unserem Geldsystem, wo die Währung eben nicht mit Gold oder so gedeckt, besichert ist, ist das eben völlige Normalität. Heißt, sie sind alles andere als sicher. Und wer sagt, das Anleihen und Preferred Shares, weil sie nominal wenig schwanken, wer sagt, das wäre Sicherheit, der belügt sich selbst. Denn was sind denn, da muss man sich mal wieder an alte Zeiten, also von vor 100 Jahren, also zumindest mal historisch erinnern, selbst wird man nicht dabei gewesen sein. Aber da muss man mal daran denken, was das dann für in Deutschland für aufgedruckte Zahlen auf Scheinen waren, da waren es ja Milliarden und Billionen Reichsmark, da hat einem irgendeine Zahl nichts mehr gebracht. Und dann hat man, da geht es nur noch um den realen Gegenwert. Und bei der Reichsmark hat man es in sehr kurzer Zeit sehr dramatisch gesehen. Aber diese Entwertung, die findet auch in relativ stabilen Währungen statt. Heißt, nominale Stabilität ist das Gegenteil von langfristiger Sicherheit. Das muss man einfach so sagen. Sachwerte bzw. Substanzwerte wie Aktien oder allgemein Unternehmensbeteiligung, es müssen ja nicht immer Aktien sein. Man kann sich ja auch außerbörslich an GmbHs oder so beteiligen. Die haben einen effektiven langfristigen Inflationsschutz. Das ist auch ganz logisch erklärbar, weil Unternehmen, die können eben im Schnitt, nicht alle, aber im Schnitt ihre Preise der Produkte und Dienstleistungen mindestens auf Inflationsniveau steigern. Viele schaffen es sogar darüber hinaus zu steigern. Heißt, Unternehmensbeteiligungen können im Schnitt auch ihre Dividendenauszahlungen der Inflation anpassen und auch ihre Kurse werden dadurch langfristig sich der mindestens auf Inflationsniveau steigern lassen, die Kurse. Natürlich, kurzfristig können Kurse und Dividenden immer alles machen. Aber es geht um die langfristige Betrachtung und da haben eben Aktien und Unternehmensbeteiligungen einen wirklich effektiven, guten Inflationsschutz. Natürlich sind aber nur, weil sie Unternehmensbeteiligungen, nur weil sie einen Inflationsschutz haben, natürlich sind sie deswegen aber nicht defensiv, weil die Kurs- und Dividendenschwankungen, die sind eben kurzfristig schon erheblich. Heißt, man kann nicht sagen, hier eine Shell-Aktie, die wird langfristig schon die Inflation ausgleichen. Heißt, das wäre jetzt defensiv. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Also defensiv ist das nicht. Aber Preferred Chairs und Anleihen sind es eben auch nicht. Heißt, im klassischen Eigenkapitalbereich wird der defensiv orientierte Investor oder defensiv orientierte Einkommensinvestor, der wird in der klassischen Eigenkapitalwelt nicht fündig, aber auch die Fix-Income-Instrumente wie Preferred Chairs und Anleihen sind nicht geeignet, wer langfristig defensiv aufgestellt sein möchte. Wer kurzfristig defensiv gut aufgestellt sein möchte, der kann sich Preferred Chairs und Anleihen ansehen. Kurzfristig mag das relativ gut funktionieren, aber langfristig ist das einzig sichere an denen die absolute Entwertung. Also nahezu komplette Entwertung, auch bei guten Währungen. Heißt, wir haben jetzt ein Problem. Was macht der defensiv orientierte Einkommensinvestor? Was kann man jetzt noch kaufen, wenn man Inflationsschutz haben möchte, aber gleichzeitig etwas stabilere Kurse und etwas stabilere Ausschüttungen? Gibt es da irgendwas für defensiv orientierte Investoren? Und da kann ich sagen, ja, da gibt es was. Da gibt es sehr schöne Lösungen und zwar sind das häufig Fonds und andere Kapitalanlagegesellschaften, die den Inflationsschutz von Unternehmensbeteiligungen mit der Stabilität von Fixed-Income-Anlagen verbinden. Und ich kann dazu jetzt mal direkt ein Beispiel nennen. Also es sind in der Regel Unternehmensbeteiligungen oder außerbürstliche Beteiligungen, die über Fonds oder Closed-End-Fonds umgesetzt werden und die investieren eben häufig in Sachwerten und Sektoren, die über einen Inflationsschutz verfügen, die aber gleichzeitig durch Verträge oder Garantien von Staaten und Kommunen sehr sichere Einnahmen haben. Und darüber hinaus haben solche Fonds eben Investitionen, die über Inflationsanpassungsklauseln verfügen. Also es ist ein relativ spezielles Segment, wo man im Bereich des Eigenkapitals überwiegend engagiert ist. Aber man hat eine sehr hohe Sicherheit durch Verträge oder Garantien von Staaten. Gleichzeitig hat man aber eben Sachwerte und Inflationsschutz. Und ein Beispiel dafür ist der Billfinger Berger Global Infrastructure Fund. Und dafür können wir eigentlich direkt mal auf die Webseite gehen. Ich mache mal kurz die Bildschirmaufnahme an. Ja, der Billfinger Berger Global Infrastructure Fund, das ist ein luxemburgischer Closed-End-Fund. Und wir sehen es hier schon, Low-Risk Investment Long-Term Returns. Heißt, ja, der Fokus ist auf den ersten Blick ersichtlich. Was macht dieser luxemburgische Closed-End-Fund? Ja, der investiert in kritische Infrastruktur, in essentielle Infrastruktur in der westlichen Welt, also in Australien, USA, Kanada, UK, Kontinental, Westeuropa. Und da werden überwiegend, also es wird Kapital bereitgestellt für solche Projekte. Und dann werden lange Verträge in der Regel mit der öffentlichen Hand abgeschlossen. Und für solche Infrastrukturprojekte besteht dann in der Regel eben auch ein Inflationsschutz bei den Einnahmen. Und da das eben Sachwerte sind, die Investition, ist der Kapitalstock ohnehin inflationsgeschützt. Wir können uns das ja mal ansehen, was hier BBGI für Assets aktuell hat. Das sind jetzt die europäischen Assets. Also wir haben hier eine Autobahn A1, A6 in den Niederlanden. Wir haben hier eine Schule in Frankfurt, eine Autobahn im Vereinigten Königreich, ein Gebäude für ein Polizeirevier, verschiedene Gebäude, Krankenhäuser. Also alles relativ kritische, wichtige Infrastruktur, ohne die es einfach nicht geht in unserer normalen zivilisierten Welt. Also sag ich mal, wenn hier diese Projekte ausfallen würden, dann gäbe es schon relativ große Probleme in der Welt. Lustig fand ich hier auch, dass BBGI hier auch eine Beteiligung an einem Gefängnis hält. Also natürlich jetzt kein besonders schönes Projekt, aber das ist eben ungefähr 20 Kilometer von mir entfernt. Das fand ich ganz interessant, dass man hier einen luxemburgischen Fonds hat, der eben hier in so wichtige Infrastruktur investiert. Auch bei mir in der Nähe, hier aber wirklich auf weltweiter Basis Norwegen. Wir haben Nordamerika mit vielen Projekten, Brücken, Autobahnen, Hotels, Gesundheitszentren und so weiter. Also wirklich ganz viele essentielle Sachen für unsere moderne Welt. Und das Entscheidende bei solchen Projekten ist natürlich, dass man hier eine sehr solide Gegenpartei hat. Heißt, wenn man jetzt solche Projekte in Argentinien hätte, dann wären das nicht sehr defensive Anlagen. Aber da man hier eben überwiegend Projekte in Staaten hat, wo die Staaten selbst AAA oder AAA-Ratings haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es hier zu keinen Ausfällen kommt. Bei den Mieteinnahmen und dementsprechend ist auch der Kapitalstock relativ sicher. Natürlich gute Sicherheit ist sowieso ein relativer Begriff, aber sollte es hier zu Ausfällen kommen, dann hat man natürlich ganz andere Probleme. Dann leiden ganz andere Unternehmen an erster Stelle. Die Solidität dieses Investitionsgeschäfts von BBGI, die zeigt sich auch bei der historischen NAV-Entwicklung. Die NAV-Entwicklung ist hier das rosane oder magentafarbene, was das auch immer für eine Farbe ist. Wir haben hier eigentlich eine extrem kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Es gibt kaum Ausschläge nach unten. Selbst hier im Shutdown-Crash hat man das kaum im NAV gesehen. Hier gab es mal eine leichte Abwärtsbewegung. Mittlerweile hat sich der NAV wieder stark erholt. Im Kurs haben wir ein, also das ist das Blaue, haben wir ein sehr ähnliches Bild wie bei Investment-Grade-Anleihen oder bei Preferred Shared. Das heißt, es geht kurzfristig, wenn man in so einer Risk-Off-Phase ist, wo erstmal alles abverkauft wird, dann ging man hier eben auch mal ganz kurz deutlich runter, also deutlich weniger als der breite Aktienmarkt, aber es ging schon nennenswert runter im Kurs. Aber wie eben Anleihen und Preferred Shares, zumindest von guten Emittenten auch, ging es dann hier auch sehr schnell wieder auf alte Stände und mittlerweile hat sich der Kurs hier wieder auf einem sehr stabilen Niveau eingependelt. Ich meine, klar, offensichtlich wird dieser Closed-End-Fund zu einem hohen Aufschlag gehandelt. Das soll jetzt aber mal nicht das Thema sein. Wenn man die Sicherheit und Stabilität dieser Anlage beurteilen will, sollte man sich vor allem den Net Asset Value hier in der rosanen Farbe ansehen. Und wir sehen halt, der Kapitalstock, der steigt mindestens auf Inflationsniveau noch ein bisschen mehr, weil BBGI laufend Akquisitionen tätigt und dadurch eben den Net Asset Value pro Anteil steigern kann. Also das ist eine wirklich sehr defensive Investition. Verträge mit der öffentlichen Hand, sehr sichere inflationsgeschützte Einnahmen und ein inflationsgeschützter Kapitalstock. Und so eine Anlage wie BBGI ist meiner Meinung nach deutlich sicherer als jede Preferred Share oder Anleihe, weil die eben das Risiko der kompletten Entwertbarkeit haben. Und dieses Risiko hat BBGI nicht. Klar, man könnte diese ganzen Projekte verstaatlichen, aber das würde ja dann auch, sag ich mal, viele andere Unternehmen in dem Land treffen. Also so ein Risiko hat man natürlich immer. Aber genauso könnten ja auch Staaten sagen, sie stellen den Schuldendienst ein. Also wenn man jetzt in solchen Extremen denkt, dann ist natürlich nichts mehr sicher. Aber unter normalen Bedingungen sollte das hier ein sehr defensives und sehr sicheres Investment sein bei gleichzeitig hohen Barrenditen. Und die Ausschüttungsrendite liegt hier momentan eben bei rund 5,3 Prozent in Bezug auf den Net Asset Value. Also das ist wirklich eine sehr solide Anlage. Und glücklicherweise gibt es auch noch deutlich mehr solcher Anlagen an den weltweiten Kapitalmärkten. Und weil es mir so wichtig war, mal zu zeigen, was meiner Meinung nach wirklich defensive Anlagen sind. Also Anlagen mit niedrigerer Kurs, NAV, beziehungsweise Zahlungsschwankungen, mit niedrigeren solchen, mit geringeren Ausschlägen in Bezug auf Kurs, NAV und Zahlungen, aber gleichzeitigem Inflationsschutz. Weil ich mal zeigen wollte, was da meiner Meinung nach die besten Titel sind. Und weil es eben nicht, weil eben Preferred Shares und Anleihen eben nicht wirklich defensive Anlagen sind, habe ich da eine neue Datenbank erstellt. Für solche Fonds, da befinden sich ähnliche Fonds wie BBGI in dieser neuen Datenbank. Da befinden sich aber auch Sachen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien auf dieser neuen Datenbank. Viele Yield-Cos oder Yield-Cos-Fonds haben ein sehr ähnliches Profil. Die BBGI heißt, man hat sehr sichere Einnahmen, entweder staatlich garantiert oder vertraglich festgeschrieben. Man hat einen Inflationsschutz beim Kapitalstock, man hat inflationsgeschützte Einnahmen, sehr sichere Einnahmen. Also da gibt es wirklich ganz verschiedene Lösungen. Es gibt auch andere kaum mit dem Aktienmarkt korrelierte Beteiligungen mit sehr stabilen NAVs, sehr stabilen Kursen, sehr inflationsgeschützten Anlagen. Heißt, da gibt es eine ganze Menge und für solche Beteiligungen habe ich eine neue Datenbank erstellt. Das sind überwiegend Fonds. Das Ganze lässt sich einsehen wie immer im Mitgliederbereich und der lässt sich natürlich kostenfrei und unverbindlich für 30 Tage testen. Also wer sich für solche meiner Meinung nach wirklich defensiven, für solche wirklich defensiven Fonds und Beteiligungen interessiert, der sollte sich das mal ansehen, weil Preferred Shares und Anleihen sind nicht sicher. Die sind nur sicher in ihrer Entwertung. So, natürlich muss ich jetzt auch mal ein bisschen, das war jetzt ganz schon viel Kritik, ich muss jetzt natürlich das Ganze noch mal etwas einordnen. Fixed Income Anlagen wie Anleihen und Preferred Shares können meiner Meinung nach durchaus einen nennenswerten Anteil in einem Einkommensdepot bilden. Durchaus. Es sind interessante Instrumente für Einkommensinvestoren, aber man sollte die, also worum es mir heute ging, war, man sollte diese nominale Wertstabilität auf keinen Fall mit Sicherheit oder einem defensiven Charakter gleichsetzen. Das ist einfach Humbug. Muss ich so sagen, wer das glaubt, der belügt sich selbst. Der wiegt sich in einer falschen Sicherheit, der hat dann irgendwann einen gleichgebliebenen Eurobetrag im Depot, aber mit dem kann er sich nichts mehr kaufen. Trotzdem können solche Beteiligungen in einem Depot eine nennenswerte Rolle spielen. Man sollte sie bloß richtig einordnen. Es sind eben kurzfristig relativ stabile Beteiligungen. Fixed Income Anlagen haben kurzfristig sehr relativ stabile Kurse, relativ stabile NAVs, relativ stabile Zahlungen und wenn man sie eben als solche sieht, kann man damit durchaus arbeiten. Sie sind aber nicht sicher. Sie sind genauso, haben genauso eine verletzliche Seite wie Aktien, sag ich mal. Und meiner Meinung nach sollten solche Beteiligungen, die durch Inflation wertlos oder stark entwertet werden können, sollten solche Beteiligungen in einem breit aufgestellten Einkommensdepot eine Gewichtung von einem Drittel nicht überschreiten. Ein Drittel fände ich vertretbar. Da hat man vielleicht noch zwei Drittel inflationsgeschützte Beteiligungen, sag ich mal vielleicht ein Drittel klassische Aktien, Eigenkapital, Unternehmensbeteiligungen, dann ein Drittel klassisches Fixed Income, Anleihen und Preferred Shares und dann vielleicht nochmal ein Drittel solche wirklich defensiven Beteiligungen, wie ich sie jetzt heute angesprochen habe. Heißt, man hat dann einen sehr runden Gesamtmix und in Summe hat man dann meiner Meinung nach kein hohes Risiko der Entwertung, weil dann sollte das Portfolio und die Portfolioeinnahmen sollten dann schon auf Inflationsniveau anwachsen und dann ist das vertretbar. Um eben die kurzfristigen Schwankungen ein bisschen rauszubekommen, kann man sich dann solche Fixed Income Anlagen ins Depot mitholen, aber 50% oder noch mehr Fixed Income und damit komplett entwertbar, davon halte ich nichts. Das ist langfristig der sichere, reale Verlust des eigenen Vermögens. Und diese Gedanken, die hatte ich nicht erst seitdem jetzt die Inflation so hoch ist, sondern ich bin eigentlich schon seitdem ich investiere, überwiegend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert, überwiegend in inflationsgeschützte Eigenkapitalbeteiligungen und halte daran auch nach wie vor fest. Wer defensiv investieren möchte, der sollte sich unbedingt zusätzlich zu seinen klassischen Aktienbeteiligungen oder aktienlastigen Closed End Funds oder Holdings, zusätzlich dazu sollte er sich unbedingt solche wirklich defensiven Anlagen ins Depot holen, sowas wie BBGI. Das kann ein echter Anker im eigenen Depot sein, weil kritische Infrastruktur wird einfach gebraucht. Das Risiko, dass man da sein Geld verliert auf realer Basis ist sehr niedrig. Ansonsten, das waren jetzt ehrliche, harte Worte vielleicht für den einen oder anderen, aber das musste einfach gesagt werden, weil ich konnte es nicht mehr hören, dieses dauerhaft in einen Topf werfen von Sicherheit und nominaler Stabilität. Das hat nichts miteinander zu tun. Es widerspricht sich eigentlich sogar. Nominale Stabilität ist das Gegenteil von langfristiger Sicherheit. So, das war's. Ich wünsche allen Zuschauern ansonsten noch eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen Ausklang des Jahres und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Anton.